So, Birgfried, ich wünsche dir eine gute Nacht. Sabine, ich stelle dir in Wecker etwas früher. Wieso? Morgen früh ist die Beerdigung von meinem Opa. Das hat mich jetzt etwas berührt. Dann gehen wir lieber jetzt schlafen. Gute Nacht. Danke dir. Aische, ich stelle dir in Wecker ein bisschen früher. Ich gehe ja zu der Beerdigung von meinem Opa vor. Wer? Ich? Nee, ich mein... Sag's nicht. Wer hat gefragt? Komm her! Wie ist der Chill?